auch immer gar kein holz richtig ich wollte eigentlich eine sega müde bauen andererseits das ding brauche ich eigentlich gerade nicht mehr also das hier ja die die lasse ich mal man kann ja nie wissen die elf sind gut osten kann wieder alles heißen wo bist du mein schnuckelprinz okay die kommen auch wieder direkt hier drauf ich überlege noch grad in welche richtung ich am besten expandiere eigentlich brauche ich tatsächlich primär platz habe ich das gefühl und guck mal ein toter winkel finde ich gut dann wenn ich mich hier ausbaue dann als nächstes hier oben bin ich eigentlich so weit schon so weit wie ich möchte da möchte ich nicht möchte hier oben nicht viel weiter das hier ist richtig echt sehr sehr schlecht verteidigen Okay, ich soll gleich mal gucken, was passiert. Und eventuell... Hier werde ich am meisten Mauern brauchen. Du holst mal wieder alle her. Okay, das scheint zu zu sein, da links. Kommt mal alle mit. Der Lucifer hier ist viel, viel leckerer. Das knacken die niemals. Okay, das ist eine gute Position hier. Hier am besten zumachen dann gleich. Wer will, mich zu verabschieden? Ich muss etwas töten. Gut, einfach nochmal kurz abblicken, das reicht schon. Hier oben, das läuft. Hm. Oh, ich darf nicht zu gierig werden, da muss ich echt aufpassen. Okay. Ich sag mal, das Gebiet hier muss reichen. Dann kann ich nämlich hier echt noch viel holen. Also, ich werde hier auf jeden Fall einen Lucifer reinstellen müssen. Hier ein bisschen zumachen und hier einen Lucifer hin. Komm mal da hin. Ah, okay. Scheint hier eine Stadt zu sein und die hängt fest. Auch, auch gut. Wir fangen jetzt an, hier weiterzumachen. Wir müssen anfangen, diese Stadt, äh, die Welt zu erobern. Ja, das... Oh, sie haben es geschafft. Es waren bestimmt ein paar Klopser, die da hängen geblieben sind. Ach, das ist hier. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo dieses Hackengeräusch herkommt. Könnte ich da nochmal welchen abbauen? Wenn ich mich hier später noch ein bisschen ausbreite, das kommt noch, keine Angst. Ich würde jetzt gerne hier runtergehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, das hier kann jetzt weg. Das lassen wir mal stehen, das stört mich nicht weiter. Aber hier müssen noch viel mehr Häuser her. Beziehungsweise brauche ich hier auch noch ein... Vier. Oh, sie ist doch wesentlich schöner hier. Tatsächlich ist mir Eisengrad wichtiger. Ich brauche das später, um die ganzen Vollstrecker zu bauen. Merkt ihr was? Das läuft eigentlich ganz gut ohne Tandatas und Co. Kommt die jetzt auch mal? Passt hier noch was hin? Oh ja, würde da aber auch so ein Ding hinpassen. Ich baue mal das kurz und schaue mal, was passiert. Okay, dann baue ich... Ne, wartet mal. Ich nehme das. Bringt auf Sicht an. Wie lange ist es eigentlich mehr? 13. 13. Und hier? Ah, nochmal 8. Wird ja nicht viel sein. Ja, Schwächlinge. Schwächlinge. Und hier? Ah, nochmal 8. Wird ja nicht viel sein. Ja, Schwächlinge. Okay. Ja, kann ich. Der darf auf keinen Fall hinten stehen. Wir haben ja schon mal im ersten Level gesehen, wie gut der unsere Leute töten kann. Und hier? Ja, Schwächlinge. Okay. Und hier? Wie lange? Und hier? Ja. Und hier? Ja. 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 Und hier? Ja. Ja. schön viel platz für so ein ding du machst mal was nützliches holz das kann ich nicht gebrauchen ne kraftwerk ich nehme die vier dann haben wir wieder holzmangel wir brauchen auch wieder arbeiter ja eisen ist zwar jetzt gut aber jetzt gerade brauche ich es noch nicht so kann ich mir jetzt langsam mal das ding leisten energie müsste kommen arbeiter arbeiter fehlen eigentlich noch mir fehlen echt haufenweise arbeiter energie müsste eigentlich laufen da ist ein gebäude das könnte man gucken ob es kriegen was es ist ein schockturm aber ich bezweifle dass der sehr nützlich sein wird wir könnten vielleicht dieses gebiet hier unten noch für uns beanspruchen es wäre sehr schön das mal schauen ob wir uns das jetzt leisten können hier was zu bauen während ihr der ansturm ist könnte auch gut sein dass es gerade mega kontraproduktiv ist ich werde auf jeden fall erst mal bis es abflaut hier ein bisschen habe ich jetzt okay viel bis noch geld das haben wir relativ schnell okay hier wird auf jeden fall ein hauptangriff laufen zum schluss das bin ich mir so was von sicher da kann ich hier vielleicht noch einfach vorne so einen riesen klopps davor bauen und hier eigentlich auch so nachdem wir endlich mal das ingenieurszentrum jetzt haben können wir uns vielleicht auch mal die tollen sachen leisten das da gefällt mir schon mal gar nicht ah die werden so tier gerannt ich verstehe ja der schöne flächenschaden ähm ich bin mal ganz ehrlich ist überraschlich ja 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 Okay, Blatta. alles hier ok und die könnte neben schießen ist sehr faszinierend ach jetzt geht der käse schon wieder los ich muss mir irgendwo noch ein zivilisationsgebiet aussuchen hier zum beispiel allerdings würde ich gern das gebiet hier sichern wo ist viel platz für wo ist einigermaßen sicher und viel platz eigentlich hier unten tatsächlich das gebiet hier kann ich zum schluss wirklich super verteidigen soll es hat er fahrt kommen und die werden höchstwahrscheinlich hier durchkommen oder hier rechts hier wäre auch sehr viel platz oder hier ja hier noch ein zwei nutze verdienen müssten es schaffen noch ein paar thandertus in kombination das wird zum vollstrecker das könnte man noch machen was ich muss irgendwie an leute kommen ich brauche ein gebiet für leute jetzt haben wir minus leute wie geht das denn vorschlag zur güte wir machen mal was anderes und zwar fangen wir an hier eine verteidigung zu bauen und dann gehen wir rüber und ich würde sagen wir versuchen hier noch eine kolonie zu errichten eine weitere aber ja 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 du bist perfekt für solche stellen du bist perfekt für solche stellen ja 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 ich bleibe da oben mal stehen hier in der position da ist ein vollstrecker aber der ist ja schön den soll ich mir holen aber ich glaube dass ich die richtige richtung die sind immer so ausgerichtet dass sie vom kommandozentrum weg zeigen habe ich das gefühl eigentlich bräuchte ich hier mal eine schnelle erkundeneinheit ja ja damit ich das gebiet einfach nur erkunden kann ich habe noch so daten ja das ist eine super idee ich bin so stolz auf dich mädel hier sollten wir unbedingt jetzt schon eine stadt errichten bin ich voll dafür wenn wir das ding noch haben dann kann man gehen ja ich bin Solange es nicht viel schlimmer wird, können wir das so machen. Boah, das wäre wirklich gut für eine Endverteidigung. Und es geht aber auch die Zeit langsam aus. Hmm. Das Schöne ist, das hier ist sicher soweit. Okay, Westen kann auch wieder alles heißen. Kann man machen? Oh, ja, wir haben keine Steilproduktion mehr. Irgend so ein Brain hat die ausgemacht. Kann ich mir noch ein Luzio verholen bei der Gelegenheit. Egal, wo es losgeht, ich sollte vorbereitet sein. Oh, dass die zurückgetrinkt hat, habe ich das gesehen. Okay, sie kommen hier. Ich schätze mal, die werden direkt hier reinkommen. Ich kaufe jetzt einfach mal stellen. Oh, hier war sogar noch offen. Was ist das, was wir jetzt machen? Wir gehen mal ganz schnell raus. Mit ihr hier. Guck mal, in welche Richtung es geht. Du bist hier unten gebraucht, egal wie es ausgeht. Du wirst hier gebraucht. Voll, eigentlich hätte ich lieber zwei davon hier unten. Wir schauen erst mal. Ja, ja, natürlich wirst du bezahlt. Ich lasse doch keinen Kumpel hängen. Sie müssen direkt hier drauf kommen. Oder aber auch nicht. Sie teilen sich. Da kommen sie sehr schnell durch. Und das Ding ist noch nicht fertig, leider. Das könnte uns jetzt den Hals brechen, dass das Ding da nicht fertig war. Höchstes Ziel. Höchstes Ziel. Höchstes Ziel. Okay, der Turm ist schon platt. Ich schieße mal wirklich aufs Stärkste. Was? Wo? Oh Mann! Das wird sehr viel von dem mitreißen. Ähm, hier hinten wird es Probleme geben, bin ich mir ganz sicher. Das ist echt nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ein großer ist platt. Äh, der macht den jetzt aber auch mit kaputt, leider. Das kann ich tun, um das hier zu verhindern. Ich hau' jetzt hier so viel wie möglich dazwischen. Das hier scheint zu funktionieren. Okay. Ihr rennt mal hier hoch. Wovon noch Schlimmeres passiert. Und die Erde zieht euch zurück. Ich kann nicht schießen. Leider nicht schnell genug. Geh mal da hin. Da hin. Oh, ich hab ja zum Glück ja noch eine Balliste, sehe ich gerade. Oh, ich hab ja. Oh, ich hab ja. Oh, ich hab ja. Fuck. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben die keinen Strom. Jetzt verlieh ich wegen so einem Kack hier. Der hält dir auf jeden Fall auf. Okay, dann haben sie erwischt. Okay, das da hinten müssen wir aber, das kriegen wir aber in den Griff. Okay, wir müssen hinten die Verbreitung auf jeden Fall stoppen. Okay. Das wird alles repariert. Wie steht's hier unten eigentlich? Dem geht's gut, okay. Okay. Yes. Die walls sind unterdreckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020